Guten Tag und willkommen zu ... Eh, Candem! Kennnimm! Und wir spielen jetzt mal Rocket League zusammen mit 물�тиízährisch der Maid von Mesh. Und mit Ricky Mania von Rickymania! Hallo! Ich bin der Ricky von Mania. Ich bin der Mesh von Mave, ne der Mae von Mesh! Ne, du bist Mesh! Ich bin Mesh? Du bist Mesh, ja... Und wir spielen Rocket League, das ist Fußball mit Autos! Alter, werd noch verschuft! Da ist neu, da hab ich heute Caggy in die Mitte geschossen. Ja, dankeschön. Super mit Autos und natürlich sind die beiden sweeten Boys auch verlinkt in der Beschreibung. Oh mein Gott. Ja, bei uns gibt es auch noch Parts. Ja, da gibt es auch noch Parts. Okay, okay, okay. Er kickt. Okay, komm schon. Keiner will hingehen. Ha! Ich bin. Keiner will hingehen, ich war da, Mann. Ja! Oh, shit! Oh, shit! Jawoll! Wow! Meine Aufnahme, jetzt muss ich Gas geben. Weißt du, jetzt kommt der ganze Spiel raus. Du hast nicht ein Tor geschossen, nicht eins. Doch, natürlich, natürlich. Ich habe ein paar geklaut, ich habe ein paar geklaut. Du machst das mit Facecam, ne? Ja. Dann musst du auch jedes Mal ein Torjubel machen. Ja, genau. Mit T-Shirt hochziehen und so weiter. Ja, genau. Mit T-Shirt hochziehen. Hey, Moment, da gibt es eine gelbe Karte, ne? Ja, das stimmt. Also du darfst nur einfach der Video hochziehen. Disrespect. Yes! Geht gut, dass wir alle drei links gekommen haben. Am besten alle, immer alle auf den Ball. Das Wichtigste an dem Spiel ist immer, Ball anfassen. Ja. Berühren. Berühren. Also ich sage ja, aber es ist wie in so einer King-Jugend. Der Weed ist mein Sheet, der hat mir den Ball geklaut. Mein Wee, was? Weed ist mein Sheet. Ha! Shit. Nein. Wir sind wieder blau. Blau kann ich spielen. Ich kann, keiner raus. Blau kannst du? Nein. Alter, alter, alter. Und da macht er keinen Fall. Da macht er ihn doch mal. Nein. Oh, Jubel! Oh, 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 oh. Das war eine Wuvuzela. Indoor Wuvuzela. Indoor Wuvuzela. Na schön. Das war eine Scheiß, Wuvuzela. Hey, hey, hey. Keine Kritik an meine Wuvuzela. Ist gut. Ich fand es früher immer schön, wie man sich Wuvuzela gemerkt hat. Indem man einfach an den HSV-Spieler, Uwe Seeler, Uwe Seeler denken muss. Keine Ahnung, Fußball. Oh, schön. Ja, den kennt man halt. Ex-HSV-Spieler, das ist ja die HSV-Legende. Ich kenn gar keine Legenden. Gar keine. Deine Mutter ist eine Legende. Ah, okay. Na gut, das Wort Wuvuzela musst du auch nur Leute lernen, die Fußball gucken. Von daher hat es sich wahrscheinlich gar nicht getroffen. Ja, deshalb, das wurde auch so leicht gemacht, weil die Fußballer halt alle, ein bisschen, ne? Das wurde ja wahrscheinlich buchen. Bist du auch? Oh, shit. Oh, shit. Das hat er nicht gesagt. Ich habe schon mal in einem Video gegen Fußballer so ein bisschen was gesagt. Und da hat keiner sich beschwert. Das heißt, auf meinem Kanal sind keine Fußballfels unterwegs. Ich bin Fußballfels. Ist auf meinem Kanal unterwegs? HSV, HSV, HSV. Ich gucke aber zum Mal bei den. Ich gucke keinen Kanal. Ah, jetzt, ob Rikki. Katamari, kriege ich. Immer schön ein bisschen was über den Kegi erfahren bei Katamari. Ja. Wenn er dann sagt, dass er keine Freunde hat und so. Und dass er eigentlich mit uns allen gar nichts richtig zu tun hat. Außer wenn er aufnimmt. Das finde ich ein bisschen schade. In letzter Zeit ja nicht mehr. In letzter Zeit nicht mehr. Wir haben viel Minecraft gespielt, wir haben viel Arno gespielt. Ja, richtig. Und du musst die Part neu aufnehmen. Guck mal, mach das. Geil! Alter, was ist denn eigentlich so? Guck mal, wie viel locker ihr das macht, ist eigentlich klar, der Typ. Ja, guck mal, ich, 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 ich noch mit seiner Hacke. Der denkt so, naja, bevor ich gar kein Tor mache, muss ich es eigentlich sagen. X, X, Devs, Kalt, X, X, ne, Unterstrich halt vergessen. Geiler Name. Props an dich, wenn du das liest. Oh, die sind alle, die sind alle zusammen in einem Team. Also. Ja, so wie hier. Ja, genau. So wie wie. Guter Schuss. Ist das, ist das irgendwie so ein Shortcut oder wie, wie? Ja, über den, äh, kannst du, über, über, äh, Steuerkreuz kannst du das schon machen. So. Ich war gestern verwirrt, als ich online gespielt habe und dann, und dann spiele ich und dann schreibt er plötzlich, guter Schuss. Ich denke mir, hä, woher weißt du, dass ich Deutscher bin? Da dachte ich mir so, ah, der kennt mich bestimmt von YouTube oder so, zufällig. Dann gucke ich noch so 119.000 Leute online. Ich denke mir, es kann doch nicht so ein krasser Zufall sein, dass jemand mich trifft, der mich kennt. Okay. Alter, nein. Mave. Wunderschön. Oh, da hat er mir gerettet, Alter. 50 Punkte. Das war aber auch da, in letzter Sekunde. Bis da bald. Oh. Ach so, wir sind ja. Wir sind blau, ne, Ricky? Ja. Jetzt macht er den Farbblinden hier. Nein. Es wird noch ein bisschen besser. Oh. Was ist das? Nicht so viel Tequila trinken. Ei, 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 arriba. Oh. Liebe Lamerika. Nein, nein. Das ist eine gute Vorlage für dich. Oh mein Gott. Ich will den Turbo holen. Nein. Oh. Ja, gut. Das stört. Oh mein Gott, ich fliege. Noch eine Minute. Wir sind in Führung. Alles gut, alles gut. Mave. Wunderschön. Wunderschön. Der kommt da. Dun 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 dun. Der High. Der weiße High. Der High hat dazu geschlagen. Sehr gut. Der Shark Neldinho. Nein. Der Shark Neldo. Der Shark Neldo. Der Shark Neldo. Ich geh in der Mitte. Riki, ich geh in der Mitte. Komm. Riki, in der Mitte. Nein, nicht zurück. Riki, Riki. Komm. Riki, Riki. Ich bin da gar nicht am Ball. Riki, Riki. Riki. Riki, Riki. Oh nein, Riki. Was machst du denn? Ich wollte es spannend machen. Ich wollte es dir auffolgen. Hauptsache verrühren. Jetzt aber. Ja. Ich habe ihn fast verhindert. Der ist fast gegen mich geflogen. Pass auf, pass auf. Da bin ich nur ausgewichen. Jetzt, pass auf. Jetzt, 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 jetzt. in meinem part kriegen wir alles die kriegen die klatsche entschuldigung jetzt von der mitteiner von der mitteiner der hei der hei war das ich bin anfänger was ist das denn okay dann bin ich auch weil sie mich auch wenn ihr wenn ihr alleine wenn ihr alleine online spielt dann gibst du richtig viel erfahrung ich hab da pro win ungefähr eine halbe level bekommen pro win ja ich hab eins und eins gespielt bei 1 und 1 gegen marcel davis hallo ich bin marcel davis von 1 und 1 bei 1 und 1 geht es nur um 1 bei uns gibt es nix gute werbung gute werbung gucke ich das nix an wir sind der partnerkanal von ritus of nothing das war gut ricky hat er gesaved schießt in die mitte schießt in die mitte alter der marschiert er da durch macht er alleine die basketball habe ich mitgenommen wenn du willst können wir gehen ja bleib ruhig da Ja, ihr müsst das Tor beschützen. Alles Klögerchen. Oh nein, 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 das Tor ist frei. Die haben sich selber verkackt. Sehr gut. Ich spiele ja so wie wir. Alter, Alter. Du hast sie mir versaut. Nein, du hast mich weggedrängt. Sei nicht immer so gierig, ja? Du hast sie mir versaut. Ja, Kegi, du sagst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war meiner. Eiskalt, das war eine Vorlage. Rikki macht den so richtig schön, ja? Ich habe ihn sogar noch fast vermasselt. Alter, Kegi. Ich wollte es spannender machen. Jungs, Safety first. Ich habe es doch gesagt, Safety first. Und da geht er rüber. Das ist immer noch blau, ne? Ja, ja. Boah, ich will auch so einen Regensprung spielen. Alter, das fand ich geil. Yes, easy going. Okay. Bitte an, da spiele ich wie ein junger Gott. Bam. Und... Zack. Ei, ei, ei. Na gut, wenn man ein Tor schießt, dann hört man ein bisschen Musik. Ja. Das ist wie bei Smash Bros. Die schreien gleich auch noch deinen Namen. Achso, ich komme zurückgefangen. Aber den Namen vom Auto leider nur noch. Nee, nee, von hier. Toyota. Toyota. Boom. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Dann machen wir sie fertig. Aus dem Nichts. Guck ihn dir an. Bam. Schön, du hast die selbe Spur wie ich. Ja. Ich möchte die selbe Spur in den Regengrund haben. Ist geil. Ich möchte, ich möchte ihn grün haben. Ich mag grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Ollo wird jetzt wieder lachen, ey. Wieso? Oh, Ricky. Eeh. Die grüne ist halt mein Lieblingsfarbe. Nach der Aufnahme. Oh. Oi, oi, oi. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Ricky ist da. Wow. Oh, oh mein Gott. Oh, ich wurde gekickt! Wie? Wie? Nicht aus dem Raum. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich wollte schon weinen, ey. Bam! Guck mal, wie ich noch so fliege nebenbei. Guck mal. Das war super. Vorlage gemacht an den Gewissen. Pass auf. Guck wie ich fliege. Und wie... Wuuu! Ich fliege einfach wieder so weg, so tschüss. Mit seinem Sombrero. Ja. Der fliegende Mexikaner. Wuuu! Wuuu! Ho! 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 Scheiße! Ich hab versaut. Ja. Ich hab eigentlich einen guten Link gehabt. Ja, was macht ihr? Machen wir hier Volleyball oder was? Scheinbar. Wir machen das Lieblingsspiel von früher. Der Ball darf nicht den Fußboden. Der Fußboden ist lang. Fußboden ist lang! Nein! Nein! Die machen noch einen, ey. Das gibt's doch nicht. Gibt's nicht. Zwei Minuten. Das wird noch knapp. Das wird noch knapp. Das wird noch knapp zwei Minuten haben wir. Der ist nur alles drin. Ja, zwei Minuten. Fiki beleide ich direkt. Uiuiuiui. Buuu! Da hab ich voll neu. Was geht ab? Was geht ab? Ich nehm alles zurück. Da ist gar nichts mehr drin. Was geht ab? Uiuiui. Ausgetrickst. Ausgetrickst. Alter, hast du weg gehört? Da hab ich gerade geschnei... äh... geschweint. Was? Ich dachte das war so'n Trinkbäckchen. So'n Trinkbäckchen. Ich hab'n bisschen geschweint. Ich hab'n bisschen geschweint. Vor fünf Minuten oder so. Vor fünf Minuten, ja. Oder sogar Rikis Vorlage vor sechs Minuten. Ja. 7-1 Brasilien-Deutschland. Wuuu! 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 Also, ich bin extra... ich bin extra steh'n. Was ist denn? Du hast nur die Punkte bekommen. Zuerst ein Ball gerät. Oh! Aber so umsäge man das Spiel, umso besser wird man tatsächlich. Fack mal Wollo. Ne! Ist das so, ja? Nein! Hintermann, Hintermann, Hintermann! Nein! Nein! Ich krieg den nicht. Ich hab' ihn... Wunderschön. Ich fahr' nach Wand rein. Ich fahr' nach Wand rein. Oh! Oh! Nein! Kick! Alter! Ich wollt' ihn seitlich reinschießen, aber nicht geklappt. Giggi! Alter! Nein! Oh! Oh! Wunderschön. Das war super. Zur Seite gecached. Ich fahr' jetzt an die Decke. Nein! 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 Hier wird nichts gemacht. Ganz verrate. 60 Punkte. Ach, scheiße! Ich wollte da gerade... Joss! Guter Move. Ich dachte, er hat die Farben verwechselt. Guck, Kurib hier, Alter. Einfach mal vorbeigesprungen. Total vorbeigesprungen. Oh, guck mal. Zack. Da hat er gesagt. Ja, komm, mach rein. Nein! Das hat auch wieder so... Ach, herrlich. Guter Chance. Guter Chance. Ich hab' das gar nicht zur Auswahl, wenn ich die Tasten benutze. Du musst, äh, andere, andere, andere Pfeiltaste drücken immer. Also, andere, andere Richtungstaste. Ich hab' halt, ähm, auch einen Speedling-Controller. Das andere... Nein! Doch! Ich wollte noch rein. Ich wollte noch rein. Alter, ich hab' 1041 Punkte, Alter. Guck dir an, wie knapp das war. Ich berühre voll falsch. Ey, guck mal die Punkte, was ist da los mit dir? Was denn? Guck mal die Punkte. Alter! Ich bin die meiste Zeit hinten. 120 Punkte, ich 870. Das muss man echt sagen. Die Verteidiger werden gar nicht richtig belohnt, hätte ich gesagt. Ne, mit Punkten nicht. Mit Sieg, ja, aber mit Punkten nicht. Die Defense muss da sein. Boah. Ich meine, ich hab' gerade ne Glanzparade auf der Linie gemacht und hab' das nur 60 Punkte bekommen, ne? Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch rein! Einer geht noch rein! So muss das. Für den Sieg! Für den Sieg! Geil. Sieg! Alter, Ricky. Rikis Zigeuner darf sich drüber lustig machen. Der Hund mich gerade anguckt. Ja, der war auch geschockt. Ja, hast du nicht gesagt. Hat er nicht gesagt! Hat er nicht gesagt! Oh, wir haben The Angel! Yeah! Im Gegner Team. Eiße! Ich hätte genau gerade kriegen müssen. Come on, my angels! I talk like an angel! Oh nein! Nein! Oh! Das ist richtig mies gelaufen. Das ist weit weg. Ich hab ne neue. Aber! Leute, ihr müsst es positiv sehen. Ich hab ne neue Antenne. Okay. Was ist das für eine Antenne? Achso. Ne Blitzantenne. Ne Blitzantenne? Ich hab ne Hippie Antenne. Knallt der Ball gegen die Decke. Gegen die Wolldecke? Ja. Gegen die Wolldecke. Nein! Nein! Alter, da wollte ich... Au! Hast du das gesehen? Nein! Oh nein! Das ist toll! Nein! Rikis! Was machst du denn? Ich hätte den Pfeilrückstier machen müssen. Was für Pfeilrückstier, ey? Den hier. Machst du das jetzt? Ach! Aber ich hab Pfeilrückstier jetzt hier. Pfeilrückstier. Wie geht denn der Pfeilrückstier? Nein! Du drückst zweimal A und legst aber einen nach hinten. Achso. Ja, hab ich gerade auch gemacht. Flicklack. Flicklack. Boah! Nein! Oh ja! Alter, Gangi! Nein! Nein! Das war ein Eigentor! Das war ein Eigentor! Gangi! Wer hat dir das gedacht? Guck dir das an! Gangi! Und er kommt... Nein! Gangi! 2-0. Wir sind orange, oder? Nein! Passt! Ich schneide dich raus. Ah! Nicht reingekommen. Wir müssen gewinnen, ne? Ich hab... Meine Aufnahmen haben wir keiner mehr verloren. Wenn wir jetzt verlieren... Das ist Schande. Maeve! Nein! Alter, Maeve, was kannst du eigentlich? Nichts kann er! Nein! Nein! Oh! Er steht da bei dem Tor! Ja, ich weiß! Hahaha! Da hab ich vorbeigesprochen. Und das war Rikis? Das war Rikis, ja. Er hätte zweimal nach vorne springen müssen. Ah! Oh! Oh! Drüber gelüft! Nein! Was kannst du eigentlich? Ich muss es versuchen. Ja! Die sieht gut aus! Die sieht gut aus! Perfekt! Yes! Hat er reingemacht. Anschlussflopfer! Ruhig anschwung und sehe die Möglichkeit. Boom! Da kommt der fliegende Mexikaner wieder angeflogen. Arriba! Arriba! Anderle! Anderle! Fucking racist! Entriere! Oh, Maeve! Deiner! Okay, Maeve! Maeve! Please, Maeve, was kannst du eigentlich? Oh mein Gott! Nie stehst du richtig! Arbeit in deinem Position! Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Oh, ich komme! Nein! Boom! Dauber, Maeve! Schaffen wir noch! Ich habe ihn! Sag, dann mach den noch rein! Leg den noch rein! Oh mein Gott! OMG! Wir müssen noch einen machen, auf jeden Fall zum Ausgleich! Wir sind gut auf dem Weg! Die machen wir jetzt! Die machen wir jetzt! Ich spür's! Nein! Bereit für den Sieg! Oh mein! Ich habe ihn nicht gekriegt! Können wir das schaffen? Jo! Wir schaffen das! Buggy und Mixi! Oh nein! Und Ludbo! Herbo und Wendy! Machen den Job! Doch auch der Wollo! Gehört dazu! Jetzt aber! Nein! Ich bin aus der Kontrolle geraten! Oh nein! Nein! Ich wollte ihn noch klauen! Was? Ich wollte ihn noch klauen! Ich war zu spät! Guck dir das an, wenn ich versuche zu klauen! Alter Wiener! Guck, guck, guck! Ja! Ja! So Ausgleich noch! Ausgleich! Ja! Safety first! Safety first! Schaff die first! Ja! Er ist immer shaved! Liebe Damen! Bevor der sexy ist! Aber schön! Immer shaved! Wo ist einer in der Mitte? Mittelfeld! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott ey! Wär das scheiße! Alter! Ich möchte am liebsten jetzt in die Pulsader aufschneiden! Jetzt kommt! Oh! 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 Wir führen! War dir gut! Alter! Boom! Alter! Oh! Ja! Geil! Wunderschön! Wunderschön! Großartig! Sauber gemacht! Sauber! Wow! Wir dürfen keinen mehr rein kriegen! Ich mach jetzt zu! Ich mach hinten jetzt zu! Okay? Okay! Wir stellen jetzt alles ins Tor rein! Nein! Nein! Ihr greift an! Ich mach zu! Ist ja schon klar! Nichts ist hier klar! Alter! Wir machen noch einen rein! Nee! Oder? Solange meine Turo voll! Nein! 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 Gegen... Gegen Fuß! Alter, Maeve! Das war ein Pass für dich! Ja, aber der kann man nicht an! Oh Gott! Oh Gott! Nach hinten! Nach hinten! Ah! Boah! Rettung! Volleyball! Alla! Gib ihn! Gib ihn! Gib ihn! Gib ihn! Ich war zu schnell! Mach ihn rein! Da ist er! Jawoll! Disrespect! Ich bin noch sogar stehen geblieben! Hab in deine Richtung geguckt! Hast du das gesehen? Das war Disrespect! Hast du das jetzt noch verneigt so! Gut gezogen! Gut gezogen! Gut gezogen! Geparkt! So! Fotoschuss! Guter Schuss! Guter Schuss! Guter Schuss! Guter Schuss! Schieß jetzt! Ich, 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 ich möchte mich bei Rocket League beschweren! Warum gibt es keinen Gebummst, Town? Hm! Hab dich gebummst! Der geht noch rein, oder was? Boah! Da hast du das Eingedruck gemacht! Ist sogar lustig gewesen! Die haben am Anfang geführt, ey! Wir haben dir richtig mal gebummst! Oh ja! Da bin ich noch reingeschoben! Alter nein! Nein! Wie geklaut? Wie geklaut? Ich hab ihn gemacht! Guck dir das an! Ich hab ihn gemacht! Guck dir das an! Da! Ich war zuerst dran, Ricky! Und jetzt ist der Mexikaner wieder! Ei, 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 ei! Wusch! 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 Nennst du die Maus von Mexiko! Hier geht doch rein! Alter, da fliegt! Da fliegt! Nein! Wow! Wusch! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Aber man meint, das wird eingespielt haben! Mach ihn rein! Mach ihn rein! Ich kann nicht richtig zählen! Ich kann nicht richtig zählen! Ich kann nicht richtig zählen! Das war super! Wieso gibt's dafür kein Achievement? Dreimal hintereinander gewonnen? Gibt's bestimmt! Das Achievement gefickt! Oder gebumst! Gebumst! Da wurde er gebumst! Oder gebumst! Soll ich dir die Stempelanimation schnell geben? Ja, dankeschön! Na gut! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn ihr zeigen wollt, dass es euch gefallen hat und den Bock mehr drauf hat, dann zeig es mir! Und vielleicht kommt ja noch was dazu! Und ich würde sagen, bis demnächst! Tschüss! Das war's mit Candom! Halt die Fresse!